Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Fortsetzung meiner Videoreihe rund um das leere Jahrhundert. Dieses Mal mit dem Thema Joy Boy und den Fragen, wer oder was war Joy Boy und wer wird der nächste Joy Boy werden. Gerade durch Kapitel 1014 ist das Thema wieder interessanter geworden. Die Community diskutiert wieder darüber, denn die Aussagen von Kaido haben wieder etwas mehr Anstoß in diese ganze Thematik gebracht. Er hat nämlich über Ruffy gesagt, auch er konnte nicht Joy Boy werden. Was natürlich bedeutet, Kaido weiß zumindest, dass es einen Joy Boy gibt, dass es einen Joy Boy gab und dass der eventuell nach Wano Kuni kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, er weiß, dass er es selbst auch nicht ist. Vielleicht hat er auch so ein bisschen auf die Worte, die letzten Worte von Whitebeard reagiert, als er zu Blackbeard gesagt hat, Du bist es nicht, auf den Roger gewartet hat. Aber das kann natürlich auch eine ganz andere Quelle haben, aber dazu später mehr. Denn ich habe euch jede Menge Fakten mitgebracht, jede Menge Querverweise und natürlich den ein oder anderen Hinweis und die Foreshadowings, die wir bereits bekommen haben. Wir gehen erst einmal in der Zeit zurück und zwar 900 Jahre. Und das bedeutet, natürlich befinden wir uns jetzt im leeren Jahrhundert, worüber nicht viel bekannt ist. Nur so ein paar Dinge sind dort bekannt, weil die Weltregierung hat hier in dem Sinne gute Arbeit geleistet, das alles irgendwie aus der Geschichte auszumerzen. Aber so ein paar Dinge sind natürlich durchgekommen und die Pornoglyphe können sie natürlich nicht zerstören. Die sind unzerstörbar. Ich glaube, nicht einmal die Stärksten der Welt könnten die auch nur ansatzweise ankratzen. Und so war es natürlich auch gedacht. Und wir wissen natürlich, dass der Kozuki-Clan diese Pornoglyphe angefertigt hat. Aber erst vor 800 Jahren, also 100 Jahre später zuvor, haben wir ein anderes Ereignis. Und zwar, wir hatten Joyboy. So viel wir über diesen Charakter wissen, ist, es ist eine Person gewesen. Und wahrscheinlich ein Riese oder zumindest eine sehr, sehr große Person. Aber Riese würde hier schon Sinn machen, denn ich werde auch gleich darauf kommen, dass der mindestens 100 Jahre gelebt hat. Und wir wissen natürlich aus der One-Piece-Manga, dass die Riesen viel älter werden als die normalen Menschen. Das haben wir Zeit-Little-Garden von eben Boogie und Woogie erfahren. Denn vor 900 Jahren gab es nicht nur Joyboy, sondern es gab auch Poseidon. Die Meerjungfrauenprinzessin von damals. Und an der Stelle möchte ich mal ein bisschen einhaken. War sie einfach nur diese antike Waffen? Wobei wir auch hier an der Stelle sagen müssen, antike Waffen werden sie auch nur von der Weltregierung genannt. Sie werden so bezeichnet. Diejenigen, die damit zu tun haben, Roger hat das im Oden-Flashback gesagt, beziehungsweise Rayleigh hat das eher besser gesagt, wir nennen sie nicht Waffen. Ja, es sind im Grunde eigentlich gar keine Waffen per se, sondern es sind mächtige Kräfte. So könnte man das bezeichnen. Klar, das passt nicht so ganz auf die Bluton, sofern das immer noch ein riesiges Schlachtschiff sein soll. Immerhin gab es ja Blaupausen davon und die Pornoglyphen waren eigentlich auch eindeutig. Aber auch da gibt es natürlich sehr viele Theorien darüber. Was ich mir die Frage stelle, hieß, also der Name von der Meerjungfrauenprinzessin damals, war das einfach Poseidon? Wir wissen aus der griechischen Mythologie, Poseidon war der Bruder von Zeus und der Gott des Meeres. Und wir haben natürlich auch Neptun, das war quasi in der römischen Mythologie auch der Gott des Meeres, der aber auch im Grunde Poseidon gewesen ist. Also es waren im Grunde eigentlich die gleichen Personen und dann gibt es noch den Namen Merkur, glaube ich, dafür. Ich möchte aber da gar nicht so weit in die Mythologie gehen. Worauf ich hinaus möchte, wir haben einen Charakter, der Neptun heißt, das ist der aktuelle König der Fischmenscheninsel und der Vater von Shirahoshi, weshalb es gar nicht mal so weit hergeholt sein muss, dass die erste Poseidon tatsächlich Poseidon hieß und deswegen auch halt eben so genannt wurde. Und wenn wir vielleicht, und das ist ja auch eine meiner Theorien, aussagen können, dass Joyboy Uranus gewesen ist, könnte das eventuell sein Name gewesen sein. Aber wir gehen natürlich auch davon aus, dass Joyboy Uranus zwei verschiedene Personen sind, beziehungsweise zwei verschiedene Dinge, ja, weil wir wissen, Joyboy ist eine Person und bei Uranus, da haben wir immer noch keine Bestätigung. Aber was ist damals passiert? Joyboy wollte, er war ein guter Kerl, davon können wir ausgehen, er wollte die Fischmenschen an die Oberfläche bringen. Dafür hat er die Noah bauen lassen und sie haben quasi einen Pakt geschworen, ja. Deswegen, da halten sich die Fischmenschen auch heute noch dran. Die Noah soll intakt bleiben und es soll quasi eigentlich das Schiff sein, das die Fischmenschen an die Oberfläche bringt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum die da unbedingt ein Schiff brauchen, vielleicht für ihre Güter, weil ich immerhin, das sind Fischmenschen, ich glaube, die sind viel schneller an der Oberfläche als jedes Schiff. Ich meine, selbst die Kinder konnten da an die Oberfläche schwimmen und haben sich dann den Sabaodi Park angesehen aus der Ferne und waren dann ein bisschen reumütig. Ihr habt das ja alle gesehen im Fischmeldeinenag. So, zu diesem Zeitpunkt ist irgendetwas schief gelaufen. Es hat nicht ganz funktioniert, weshalb ja die Noah immer noch existiert, warum die eigentlich hätte nicht zerstört werden dürfen. Ruffy hat sie auch nicht vollständig zerstört. Sie wurde in diesen Untersee-Wald gebracht, dort soll sie jetzt repariert werden und die Fischmenschen werden sich an diesen Pakt, den sie mit Joyboy hatten, ja, sie werden sich dran halten. Ja, so, das sei mal festgehalten. Doch was ist damals schief gelaufen? Man weiß es nicht. Vielleicht lag es an der Flying Dutchman, die haben wir auch gesehen, auch ein sehr, sehr altes Schiff und wir haben gesehen, in der aktuellen Zeitlinie ist der Kapitän Wanderdecken der neunte. Also, er ist die neunte Generation, er ist ein Fischmensch natürlich, aber der Original Wanderdecken, ich habe das ja auch in den früheren Videos schon erwähnt, könnte ein Mensch gewesen sein, vielleicht der Kapitän der Flying Dutchman und er war vielleicht auch hinter der Meerjungfrauenprinzessin, gleichzeitig Poseidon hinterher. Und ich meine, diesen Willen, mehr oder weniger, hat er ja auch an seine späteren Generationen weitergeben, nämlich Wanderdecken der neunte, hat er sich ja auch an Shirahoshi geklammert, er wollte sie unbedingt zur Frau haben. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich wusste, dass sie auch Poseidon ist, aber Meerjungfrauenprinzessin Wanderdecken, das ist irgendwie so ein bisschen halt verbunden. So, was ist passiert? Wir wissen es nicht ganz genau, aber es gab ein Entschuldigungsschreiben, ein extra Pornoklyp mit einem Entschuldigungsschreiben darauf. Ja, es ist nicht irgendwie, wie das Pornoklyp auf Skypiea, wo Roger geschrieben hat oder durch Oden draufschreiben ließ, ich war hier, folgt, ich versuche die wahre Geschichte zu kompletieren, Goldie Roger gezeichnet. Das war es nicht. Ja, es war ein Pornoklyp, das speziell nur dieses Entschuldigungsschreiben enthielt und natürlich auch der Hinweis darauf, dass die Meerjungfrau-Prinzessin Poseidon ist. Ja, diese antike Waffe oder wie ihr sie auch bezeichnen möchtet, ich sage jetzt weiterhin antike Waffe, weil damit weiß jeder, was gemeint ist. Das wissen wir über Joy Boy und wir wissen, dass er halt vielleicht ein sehr großer Mensch gewesen oder ein Riese gewesen ist, denn der Strohhut unter Mary Joa in den Katakomben, wo Imsa mal hingegangen ist, der war auch ziemlich groß und wir wissen nicht ganz genau, wem dieser Strohhut wirklich gehört hat, aber wir können eigentlich schon davon ausgehen, es war Joy Boys Strohhut, das ist eine super Theorie, da spricht absolut nichts dagegen, also das passt auch vom Alter her, denn darauf wollte ich jetzt hinaus eigentlich. Vor 900 Jahren war das mit der Fischmenscheninsel, die Pornoklyphe, 100 Jahre später erst angefertigt, da muss er ja noch gelebt haben, weil er muss ja quasi seine Geschichte, seine Entschuldigung dort diktiert haben. Vielleicht war er sogar vom Clan der Kusuki, vielleicht war er sogar der erste Kusuki oder einer der ersten Kusuki und hat das selbst gemeißelt, vielleicht hat er sogar alle Pornoklyphe selbst gemeißelt oder zumindest er und seine Nachfahren und dann müsste man natürlich auch schauen, wie steht das in Verbindung, ein Riese in Wano Kuni, der damals vielleicht noch nicht der Shogun war oder der König davon, aber halt schon sehr wichtig und das passt natürlich auch wieder sehr gut zu dieser ganzen Wano Kuni ist das antike Königreich-Theorie, auch da könnt ihr gerne mal einen Blick riskieren, stammt von Italiener, ich habe da sehr viele Informationen mit reingebracht, aber ja, das ist eine weitere Information und wir haben noch eine viel wichtigere Information bekommen, nämlich Laugh Tale. Wir wissen, Joy Boy war auf Laugh Tale, wir vermuten natürlich, dass das antike Königreich, zumindest die Hauptstadt davon, irgendwann mal auf Laugh Tale war und wir wissen noch etwas, Joy Boy weiß, was das One Piece ist und nicht nur das, er ist derjenige, der das One Piece, diesen Schatz, den wir als das One Piece bezeichnen, auf Laugh Tale versteckt hat, wo Goldie Roger es versteckt gefunden hat und natürlich dann als seinen Schatz geclaimt hat und dadurch wurde es ja erst das One Piece. Bin ganz gespannt, bis das aufgelöst wird, ich möchte es eigentlich gar nicht vorher wissen, denn ich bin gespannt, bis das irgendwann mal dann im Kapitel behandelt wird. Also das sind die Informationen, die wir über Joy Boy haben. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist Joy Boy der Name dieses Charakters gewesen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es könnte auch sein, dass er vom Clan der Kozuki gewesen ist, kann auch sein, dass sein Name Uranus gewesen ist, wenn er die ein und dieselbe Person sind, aber es kann natürlich auch sein, dass Joy Boy einfach sein Name ist. Das passt ja auch, dann teilweise wird es getrennt geschrieben, teilweise wird es zusammengeschrieben, könnte schon sein Name sein und wir haben schon viel komischere Namen in der Welt von One Piece gehabt. Es kann allerdings natürlich auch sein, dass das einfach sein Titel war. Ja, so etwas wie halt der Piratenkönig oder der Kaiser oder der Shichibukai oder der Supernova, dass sie ihm einfach diesen Titel gegeben haben und dieser Titel bezeugt einfach den König von damals. Ja, der König des antiken Königreichs und deswegen wurde er Joy Boy genannt. Macht allerdings dann auch nicht so wirklich viel Sinn bei diesem Entschuldigungsschreiben, das ja quasi von ihm geschrieben sein muss, denn er hat ja damit unterschrieben. Zumindest war er dabei, wie das eben in dieses Pornokryph eingemeißelt wurde. So viel dazu. Das heißt, ich denke eher, dass es sein Name gewesen ist oder sein Beiname. Ja, so wie wir es bei Piratenjäger Zorro haben oder Strohhut Raffi und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben einiges über Joy Boy herausgefunden, was wir Leser noch nicht wissen, aber was eben Roger und Oden wissen, denn die haben ja sehr viele Pornoklyphe gelesen. Ich gehe mal stark davon aus, sogar stand jetzt mehr Pornoklyphe als Nico Robin, wobei Nico Robin ja auch nicht gerade damit hausieren geht, was auf diesen Pornoklyphen steht. Streng genommen haben wir sogar nur diesen Entschuldigungsbrief, der auch nicht wirklich übersetzt wurde, sondern eher mehr oder weniger erklärt wurde. Auch diese Szene wird gleich noch wichtig, da möchte ich auch gleich noch drauf eingehen. Die kennen die wahre Geschichte. Ja, Rayleigh hat auch gesagt, sie wissen die wahre Geschichte. Sie konnten aber nicht wirklich etwas damit anfangen, weil sie es nicht verstanden haben. Rayleigh hat es damals auf Sabaody gesagt, wir waren einfache Piraten. Wir waren keine Gelehrten. Ja, wir waren nicht die Wissenschaftler. Wir waren nicht die Teufel von Ohara. Na, die hätten vielleicht mehr mit dieser wahren Geschichte anfangen können. Und wir kennen ja auch Kozuki Oden. Wir haben ihn sehr gut kennengelernt im Oden-Flashback. Er ist nicht der intelligenteste Charakter. Ja, er ist nicht derjenige, mit der mit viel Weisheit glänzt. Er ist eher ein Easy-Go-Lucky. Er ist eher mehr so Ruffy. Ja, also Oden und Ruffy, das passt schon sehr gut zusammen. Und auch Roger war ja auch eher wie Ruffy. Also auch er war jetzt nicht unbedingt der Gelehrte. Ich glaube so, wenn ich nach Intelligenz gehen würde, würde ich vielleicht noch sagen, Shanks und vielleicht Krokus, aber die waren nicht so wirklich beteiligt, was die Porno-Klüfe anbetrifft. Aber Shanks wird gleich noch sehr wichtig. Also bleibt auf jeden Fall dran. So. Wir wissen, Oden hat ein Tagebuch geschrieben. Einige bezeichnen es als Logbuch. Ich finde eher, es passt eher als Tagebuch zu bezeichnen, denn da stehen jetzt nicht drin die Tageszeiten oder eventuell, was das Meer gemacht hat, was eigentlich normalerweise in einem Logbuch steht. Also es war eher ein Tagebuch. Und er hat da seine Ereignisse niedergeschrieben. Wir haben auch teilweise Ausschnitte aus diesem Buch gesehen. Und etwas Wichtiges muss da noch drinstehen, was wir nicht gesehen haben, aber was Yamato gelesen hat und was Momonosuke gelesen hat. Yamato ist in dem Fall sehr wichtig, denn Yamato sieht, nachdem sie dieses Tagebuch immer und immer wieder gelesen hat, also sie ist ja wahrscheinlich süchtig nach diesem Buch gewesen und hat das mehrfach verschlungen, gerade wenn sie mal wieder irgendwo eingesperrt wurde, nachdem sie die Schellen bekommen hat von Kaido, weil sie Kuzuki Oden spielt. Sie hat gesagt, Momonosuke muss leben, denn Momonosuke ist derjenige, der den Dawn nach Wano Kuni bringt. Dawn ist eigentlich ein richtig krasches Schlagwort, denn wir alle wissen, dass One Piece eine Vorlage hat und die hieß Romance Dawn. Auch der erste Arc war der Romance Dawn-Ark. Das hat nichts mit Romantik oder mit Sonnenaufgang zu tun, sondern es ist der Aufbruch zu einem Abenteuer. Deswegen kann man Dawn, ich glaube hier am besten, mit Aufbruch übersetzen. Aber wir haben natürlich auch noch eine andere Aussage bekommen im Whole Cake Island Arc und zwar von Petro, ein Mink, der sich auch da geopfert hat für die Strohhutbande, damit diese entkommen kann, denn er glaubt felsenfest daran, dass die Strohhutbande diejenigen sind, die den Dawn bringen. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Ja, welcher Dawn soll da überhaupt gebracht werden? Und das eine wichtige Information an dieser Stelle ist natürlich auch, dass Petro vom Dawn für die Minks gesprochen hat und Yamato spricht für den Dawn in Wano Kuni. Jetzt haben wir natürlich auch in Kapitel 1014 gesehen, Momonoska hat das Buch gelesen und er war ja vorher immer so ein bisschen depressiv, würde ich sagen, ein bisschen melancholisch. Er ist nichts wert, er kann nicht helfen, es ist vielleicht besser, dass er stirbt, aber nachdem er die Zeilen in diesem Tagebuch gelesen hat, ja, übrigens mal schnell Lese-Skills at its finest, weil er muss ja irgendwie das ganze Buch gelesen haben, um die wichtige Stelle zu finden, er hat ja nicht einfach mal irgendwo aufgeschlagen und dann genau die Stelle gefunden, es sei denn, Yamato hat dort schon ein Lesezeichen verwirkt. Und danach hat er gesagt, er darf nicht sterben. Er darf nicht sterben und Shinobu hat das auch nicht so ganz verstanden, weil für sie war das natürlich klar. Das heißt, Momonoska muss leben, weil er in irgendeiner Weise wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu einer ganz großen Theorie, die auch immer wieder die Runde macht. Momonoska ist Uranus oder Momonoska ist Joyboy, aber erklären wir erstmal diese ganze Uranus-Geschichte, wobei das auch so ein bisschen auf Joyboy zurückgeführt ist. Ganz wichtige Stelle im Manga und das hatten wir auch jetzt im Wano Kuni-Arg, da ist sogar diese Information noch ganz schön frisch, fast so am Ende vom Kozuki Oden-Flashback, mit genauer gesagt, Kapitel 968. Ich habe hier meine Notizen, deswegen schaue ich manchmal nach unten. Und zwar haben wir ein Kapitel vor, ein Gespräch der Fischmenschen belauscht, beziehungsweise Goldie Roger und Kozuki Oden, da sie die Stimme aller Dinge hören, haben ein Gespräch der Seekönige mitgehört. Es war keine Prophezeiung oder sonst irgendwas, aber die Seekönige, die wussten irgendwas. Sie wussten, es wird etwas passieren. Ich möchte das jetzt hier nicht als Prophezeiung sagen, bestätigt, Prophezeiung, denn die Seekönige sind höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr alt. Vielleicht sind die sogar noch älter als Sunisha, weil im Grunde, die leben auf dem Meeresboden und meistens dort, wo es sehr dunkel ist und auch nicht so bewohnt. Die werden in Ruhe gelassen. Wir reden ja auch in unserer Welt öfter mal davon, dass es irgendwo tief im Meer, was selbst bei uns in der Welt noch nicht so ganz erforscht ist, noch so etwas wie ein Megalodon geben kann, der über 800, 900 Jahre alt ist. Ich habe mich da nicht genau eingelesen, aber ich sehe das immer wieder mal als Überschrift, weshalb es natürlich auch nicht auszustellen ist, dass diese Seekönige schon länger dort sind. Und des Weiteren ist es natürlich so, dass man Tieren immer eine gewisse Präkognition, Präkognition, ich weiß, ich habe es falsch ausgesprochen, vorwirft. Also so etwas wie ein Vorsehungshaki, aber eher so ein Gefühl. Hunde wissen beispielsweise eher, wenn ein Erdbeben ausbricht oder ein starkes Gewitter kommt, als wir Menschen, weil wir die Spannung nicht spüren können. Und dieses Gespräch zwischen den Seekönigen, da wurde darüber gesprochen, dass ihre Sovereigns, ihre Herrscher, geboren werden. Eine wird hier in der Nähe geboren, in etwa 10 Jahre. Das ist natürlich Shirahoshi. Und weitere 15 Jahre wird es dauern, bis diese Herrscher erwachsen ist. Ja, Shirahoshi ist gerade 15 Jahre alt. Auch das passt perfekt. Und Roger hat natürlich das auch noch mal mehr oder weniger bestätigt, denn er hat Shiali, damals noch als das Prophezeiung-Mädchen bekannt, nicht Madame Shiali, im Alter von drei Jahren. Und er hat sie gefragt, wann wird die Meerjungfrauenprinzessin geboren? Und sie hat gesagt, in 10. Ja, in 10 Jahren wird sie geboren und damit wusste er schon, das ist Poseidon. Ja, er hat ja natürlich auch das Pornoklyph gelesen mit dem Entschuldigungsbrief von Joyboy. Er wusste Bescheid, was passieren wird, dass Poseidon wiedergeboren wird. Das Gespräch der Seekönige ging aber noch weiter und zwar, es wird ein weiterer Herrscher geboren werden in einem fernen Meer. Und an diesem Punkt haben wir ein Problem, was Momonosuke betrifft. Denn wir wissen, Momonosuke war zu diesem Zeitpunkt bereits geboren. Sogar Hiyori war zu diesem Zeitpunkt schon geboren und sie wurden auf Wano Kuni zurückgelassen, weil Oden ja nochmal mit Roger aufgebrochen ist und Toki krank wurde. Einige werden jetzt natürlich sagen, ja, aber Momonosuke konnte doch Sonisha befähigen, als er auf so gewesen ist, also auf Sonisha und das konnte Ruffy eben nicht. Ja, das stimmt natürlich zum Teil, denn beide hören natürlich die Stimme aller Dinge. Das bedeutet, beide haben natürlich Sonisha gehört, aber nur die Stimme von Momonosuke drang durch zu Sonisha. Wir haben natürlich erfahren damals, dass Sonisha vor vielen Jahrhunderten ein Verbrechen begangen hat. Vielleicht auch während des leeren Jahrhunderts. Ich halte den Elefant für ziemlich wichtig auf jeden Fall. Welches Verbrechen das genau gewesen ist, wissen wir nicht. Und er wurde von irgendjemandem bestraft. Ich gehe davon aus, es war jemand des Kozuki-Clans. Vielleicht war es sogar Joy Boy an dieser Stelle. Möchte ich mal einwerfen, denn wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass Joy Boy eventuell einer der ersten Kozuki gewesen sein könnte und selbst halt auch Pornoglyphe hergestellt hat, wenn nicht sogar alle. Wir wissen aus dem So-Arc natürlich und zwar in Kapitel 817, dass der Kozuki-Clan und die Minks vor vielen Jahrhunderten einen Pack geschlossen haben. Und zwar wenn die Minks in Gefahr sind, kommt der Kozuki-Clan und wenn der Kozuki-Clan in Gefahr ist, kommen die Minks, um sich gegenseitig zu helfen. Das Ganze wurde auch noch einmal wiederholt im Flashback von Kozuki-Oden und zwar in Kapitel 963. Da wurde sogar davon gesprochen, dass das ein unbrechbarer Pakt ist, denn dort sahen wir in ihrer Kinderform, Nekomamushi und Inuarashi, die herausfinden wollten. Warum sind der Kozuki-Clan und die Minks so eng miteinander verbunden? Warum ist das Zeichen des Kozuki-Clans über diesem Road-Pornoclyph? Natürlich, es ist eine krasse Paktverbindung, die wir haben und die könnte halt ebenfalls von einem der Joyboys kreiert worden sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn Oden und Roger wussten, dass Joyboy quasi ein Kozuki gewesen ist. Warum haben sie dann eben nicht vermutet, dass Oden Joyboy sein könnte oder halt eben sein Sohn Momonosuke, wenn der ja irgendwann zurückkehren sollte. Aber wahrscheinlich überschneidet sich das noch ein bisschen, das beißt sich halt eben ein bisschen mit der Voraussage oder diesem Gespräch der Seekönige, wo gesagt wurde, dass der nächste Herrscher erst geboren wird. Ist natürlich nicht, ist hier Uranus oder Joyboy gemeint oder je nachdem, wenn die beiden zusammen sind, natürlich beide. So, dann haben wir jetzt wieder die Szene mit Momonosuke und Sunisha. Viele sagen immer, er hat Sunisha kontrolliert. Kontrolle ist ein bisschen was anderes, finde ich. Denn Sunisha hat um einen Befehl gebeten. Er wollte von Momonosuke eine Erlaubnis haben. Denn beides wurde gesagt, gib mir den das ist auch ganz wichtig dieser Satz. Nur dieses eine Mal, sonst seid ihr in Gefahr. Wenn ich hier wegbreche, dann seid ihr alle oben drauf, natürlich in Gefahr, ihr stürzt alle ins Meer, alle tot. Gefährlich halt natürlich. Und Momonosuke wusste gar nicht, was er tut, sondern hat nur gesagt, ja, mach das, mach das, Jack weg geht. Und ja, manche sagen, okay, er hat aber auch durch die Augen von Sonisha gesehen, dass Jack da ist. Vielleicht hat aber auch nur die Visualisierung hier anders stattgefunden, dass Sonisha vielleicht seine Gedanken an Momonosuke weitergegeben hat und er es dadurch halt visualisiert hat. Ja, das Ganze ist nicht so eindeutig gewesen, auch im Anime halt leider nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett in den Geist von Sonisha eingedrungen ist und dann sehen konnte, was Sonisha sieht und riechen konnte, was Sonisha riecht und so weiter und so fort. Ihr versteht darauf, was ich meine. Also von der richtigen Kontrolle kann man hier, zumindest ich persönlich nicht sprechen. Muss ich euch so ein bisschen enttäuschen. Und natürlich waren dadurch halt die Gerüchte aufgekommen, Momonosuke könnte Uranus sein, weil wir haben mit Poseidon jemanden, der die Seekönige an Land kontrollieren kann. Ich persönlich sage ganz ehrlich, das wäre ein bisschen zu einfach, Milchmädchen Rechnung, ich mag das nicht wirklich, ich würde mir eigentlich freuen, wenn alle drei antiken Waffen unterschiedlich sind. Wir haben dieses große Kriegsschiff mit Bluton, ja, ich weiß, auch noch nicht so ganz hundertprozentig eindeutig, wir haben mit der Meerung Frauenprinzessin Poseidon halt jemand mit einer Kraft und wir haben noch eine dritte Partei, nämlich Uranus. Ich habe ja schon in der Vergangenheit immer wieder darüber Theorien gemacht, dass Ruffy Uranus sein könnte, er ist immerhin der Protagonist und ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen langweilig, wenn der Protagonist etwas Besonderes ist, der Auserwählte ist, aber meistens ist es so und meistens ist er deswegen halt eben auch der Protagonist. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass seine Fähigkeit eventuell sein Charisma sein könnte. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, eventuell könnte auch Goldie Roger ein gewisser Uranus gewesen sein, weil er hat auch immer irgendwie dieses große Glück gehabt und hat Leute zusammengebracht, aber ein bisschen Alustrohhut an dieser Stelle. Ja, ich die Tierlist hatten mit den ganzen Schurken, haben mir jemand geschrieben, ja, das sind gar keine Schurken, weil die sind ja Verbündete von Ruffy, ja, jetzt, aber damals waren sie Schurken und Ruffy gelingt das halt das ist die gefährlichste Fähigkeit von allen. Ja, es gibt keine, die gefährlicher ist, als seine Feinde zu seinen Verbündeten zu machen. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist Uranus Joyboy, ist Joyboy Uranus, sind sie eine und dieselbe Person oder sind sie zwei verschiedene Dinge? Wir wissen eines, Goldie Roger war nicht Joyboy, wird ja auch öfters mal reingeworfen, dass Goldie Roger Joyboy war, also es gab den ersten Joyboy, dann Roger Joyboy und jetzt Ruffy Joyboy, funktioniert nicht, denn Roger sagt es auch in Kapitel 967, Joyboy, ich wäre gerne in deiner Zeit geboren worden, ja, in deiner Zeit hätte ich gerne gelebt und zuerst dachte man natürlich, er meint den Joyboy von vor vielen Jahren und später haben wir erfahren, Joyboy wird irgendwann zurückkommen und er meinte dann in diese Zeit, denn sie waren zu früh da, es fehlte irgendetwas und Roger war ja schon krank und durch Grokos konnte er ein bisschen länger leben als erwartet aber er wusste er schafft die zehn Jahre nicht mehr bis Shirahoshi geboren ist und er wird wahrscheinlich auch nicht so lange schaffen bis Ruffy geboren ist oder halt Uranus in dem Fall ja ich weiß es ist meine Theorie und deswegen werde ich öfters so argumentieren aber es ist und bleibt eine Theorie jetzt kommen wir an einen Punkt und zwar Roger wusste alles oder zumindest hat er alles gewusst aber nicht unbedingt alles verstanden und wir haben Gespräche gehabt bevor sich die Roger Piraten aufgelöst haben oder währenddessen und zwar einmal mit Rayleigh der geweint hat aber Roger wir wissen was er zu ihm gesagt hat er hat gesagt ich gehe nicht wirklich ja ich werde in einer gewissen Form weiterleben ja vielleicht hat er damit schon seinen Sohn Ace gemeint weil sie sich auch vorher mal darüber unterhalten haben als Momonosuke noch an Bord waren dass er auch irgendwann mal Vater werden möchte vielleicht meinte er auch weil er natürlich verstanden hat wie der Wille das die funktioniert und der sein Wille weiterlebt und der lebt natürlich auch in gewissen Leuten weiter ich meine er hat ja im Grunde das darf man ja nicht vergessen seinen Willen an alle weitergegeben bei seiner Hinrichtung als er das große Piraten Zeitalter ausgelöst hat natürlich haben nicht alle exakt eins zu eins das gewollt was Roger wollten aber im übertragenen Sinne kommt das schon irgendwie hin und er hat mit Shanks gesprochen also Shanks hat ihn auch irgendetwas gefragt und ich glaube das ist meine Ansicht dass er Shanks damit beauftragt hat den nächsten Joyboy zu suchen weil er wusste Shanks ist noch jung er wird in zehn Jahren wenn Shiroshi geboren ist im besten alter sein und er wusste Buggy ist es wahrscheinlich nicht ja aber er mochte halt Buggy ist ja auch ein cooler Charakter das würde nämlich erklären warum Shanks im East Blue war wir haben uns immer wieder gefragt warum war Shanks im East Blue was hat war ihnen mehr oder weniger egal dass Ruffy die Gum-Gum-Frucht gegessen hat sie haben die einfach von einer anderen Piratenbande erbeutet mehr war es nicht im East Blue die hatten die haben die natürlich mitgenommen klar man nimmt natürlich die Schätze vom besiegten Feind darunter war halt eine Teufelsfrucht und die sind natürlich auch viel wert und deswegen kam die ja dann irgendwann ins Windmühldorf wo Ruffy sie gegessen hat Schenks wurde gefragt von Ruffy wie lange er noch bleiben würde er hat ja quasi das Windmühldorf als seine Basis aufgebaut weil er da gerne getrunken hat in Marquinos Bar und hat sich vielleicht auch in Marquino verguckt und vielleicht ist auch der Sohn von Marquino auch das Kind von Schenks da gibt es ja auch jede Menge Theorien darüber und er hat gesagt wir müssen noch 2-3 Fahrten machen ja vielleicht hat er damit gemeint dass sie dann wirklich fast alle Inseln abgesucht haben im East Blue und da stellt man sich natürlich die Frage waren die auf Krokos haben die gesehen dass da Arlong diese ganzen Leute schon seit so vielen Jahren unterjocht ich denke vom Zeitlichen her dürfte Arlong schon da gewesen sein ich bin mir sicher dass es so ist aber vielleicht war das ja noch so eine Fahrt wo sie noch hätten machen wollen denn als sie zurück kam gab es natürlich dann diese ganze Szene mit Higuma mit seinen Bergbanditen er wollte Ruffy töten weil Ruffy ein Mundwerk gehabt hat und dann wurde Higuma getötet und Ruffy wurde gerettet Shanks hat seinen Arm geopfert für die nächste Generation und nach diesem Ereignis mit Ruffy ja und auch was er immer wieder zu Leuten erzählt er hat ja das Gespräch mit Rayleigh gehabt dass Ruffy genau die gleichen Dinge gesagt hat wie Roger hat Shanks seine Reisen abgebrochen er ist dann endgültig aus dem aus dem Wittmühldorf abgereist und dann wahrscheinlich wieder auf die Grand Line auch darauf hat Whitebeard Bezug genommen dass sie alle geschockt waren dass Shanks mit nur noch einem Arm aus dem East Blue zurückgekommen ist worauf natürlich auch dann die Antwort kam dass er den geopfert hat für die neue Generation und ich denke da ist das Ereignis passiert dass Shanks genau den gefunden hat was er im East Blue gesucht hat ja vielleicht den nächsten Joy Boy den nächsten Goldie Roger wovon er vielleicht von Roger beauftragt wurde wir haben ja auch dann das singuläre Ereignis gehabt dass Shanks sagen der Strohhut ist in irgendeiner Beziehung relevant er ist sehr alt aber ich denke er wird eher relevant nachdem welche Personen diesen Strohhut bereits besessen haben ja mit Shanks mit Roger und ob der jemals aus dem leeren Jahrhundert stammt was möglich ist oder Roger hat ihn irgendwo gekauft bleibt erstmal unerheblich wir von Anakin Skywalker und je nach Trilogie hatte immer der Held dieses Lichtschwert ja Anakin Skywalker hat es natürlich selbst hergestellt da wissen wir auf jeden Fall wo es herkommt das ist der große Unterschied zum Strohhut das wurde dann durch Obi-Wan an Luke Skywalker weitergegeben und dann über Mascanata gelang es zu Rey man kann also den Strohhut gerne als McGuffin bezeichnen das ist ein Objekt das eigentlich nur dazu dient die Handlung voranzutreiben das macht er ziemlich gut eventuell könnte es auch ein Red Herring sein also etwas was von etwas anderem ablenken soll aber mir gefällt eigentlich die Idee besser dass der erste Joyboy diesen riesigen Strohhut trug und der neue Joyboy ebenfalls auch einen Strohhut trägt und genauso heißt und ja Leute ich glaube dass Ruffy Joyboy ist mir gefällt natürlich auch nicht die Sache dass sich in vielen Storys es so anfühlt dass immer nur der Hauptprotagonist der Auserwählte ist aber es ist halt meistens so und auch in vielen Spielen ist es halt eben so und in wenigen Storys wie beispielsweise Goblin Slayer ist es mal nicht so aber davon wollen wir uns jetzt erstmal nicht ablenken lassen und ich glaube sogar und würde so weit gehen zu sagen Ruffy ist nicht nur Joyboy sondern er ist auch Uranus und natürlich gehen wir jetzt nochmal auf die Aussage von Kaido in Kapitel 1014 ein wo er gesagt hat er konnte es nicht werden ja das ist die Meinung von Kaido aber wir haben immer zwei Dinge zu beachten in One Piece was weiß der Charakter und was wissen wir Leser und wir Leser wissen natürlich Ruffy wird wieder nach oben kommen Ruffy wird gerettet werden während Kaido halt denkt er hätte diesen Krieg gewonnen er hat es ja auch schon verkünden lassen dass er diesen Krieg gewonnen hat und es ist halt der typische Fehler eines jeden Antagonisten zu glauben der Held sei schon besiegt und das wird natürlich Kaido auch noch schmerzhaft erfahren in Zukunft in den nächsten Kapitel wir sind aber hier am Ende angelangt das war ein sehr langes Video viel länger als ich eigentlich gedacht habe ich hoffe ihr seid trotzdem bis zum Ende drangeblieben wenn dem Fall so ist dann schreibt mir gerne mal als Hashtag Joyboy in die Kommentare damit ich weiß dass ihr es bis zum Ende gehört habt und wenn es euch gefallen hat und ich hoffe es hat euch gefallen weil ich finde wir haben so viele Hinweise so viele Informationen in diesem Video dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr Lust habt auf mehr One Piece von meiner Seite dann lasst mir doch gerne ein Abo da dann werdet ihr auch immer benachrichtigt wenn ein neues Video an den Start geht in diesem Sinne ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören im Geiste von Wano Kuni sage ich Sayonara Matane